den anderen Berg oder so machen. So hab ich mir das gedacht. Ich glaub, da muss unsere Küche hier mal umziehen. So ein bisschen zumindest. Oder? Ich glaube ja. Tschüss Küche! Naja, sie kommt wieder. Die mach ich dann irgendwo anders hin. Okay. Okay. Hier haben wir den Kühlschrank oder... Oder vielleicht... Dass man das vielleicht so macht... Also hier geht dann so der Gang lang. Aber das ist nicht symmetrisch hier. Hier. Dass es hier dann zum Kino geht... Und das dann vielleicht hier so. Hier so. Müssen wir das echt so machen? Das wird doch vielleicht auch ganz geil, oder? Dann könnte man doch... Weiß ich... Zum Beispiel... Hier einen Ofen hin machen. Oder zwei Öfen. Warte mal. Dich mal hier nochmal weg. Dann hier vielleicht. Und da vielleicht. Ah ne, das sieht scheiße aus. Ach Mist, man kann an einem... An einem Ofen kann man keine... Dings befestigen, wa? Ah, Mann. Moment. Ich muss ausprobieren. Ist ja alles nicht vorher gebaut, oder so. Das ist jetzt hier alles ziemlich spontan. Daher müssen wir ein bisschen rumprobieren, wie das hier am besten funktioniert, und so. Das sieht auch nicht... Ey, komm. Ne, das sieht auch kack aus. Hm. Das ist ja echt nicht so leicht hier. Was hat man hier vorher zu stehen? Ach ja. Oder wenn wir hier so eine Küche in den Raum so machen. Was meint er? Wie sieht das so aus? Dass man das vielleicht so macht? Oh, Mann. Das geht ja nicht. Ah, Mann, 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 Mann. Das ist auch nicht so der Burner, wa? Ja, obwohl. Eigentlich... Eigentlich geht das, ne? Ja, eigentlich geht das sogar. Ja, doch. Ist eben... Ja, doch. Ist in Ordnung. Also, ich find's gut. Ja, doch. Hat was. Hm? Hm? Oh, nein. Oh, noch ein Zaun. So. Hm, ja, das sieht jetzt hier ein bisschen doof aus. Ja, das ist ja wieder so. Oh, 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 oh. Man konnte die doch aber auch... Hm. Mann. Ich find das nicht so geil, dass hier so ein Block dann so im Raum hängt. Das sind so vier Laufs dann irgendwie. Oh, ja. Genial. 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 Haben wir noch ein Bild vielleicht? So als kleines Deko-Element so. Keine Bild. Doch. Da haben wir noch ein Bild. Man kann das nicht mehr durch Bilder öffnen. Das ist ja schade. Das ist ja... Das ist ja schade. Das ist echt schade. Ja, wundert man sich auch. Hä, ich kann nicht durchgehen. Was hat da für den Müll? Ich glaube, wenn wir hier einen kleinen Geheimgang machen. So einen typischen. So das Kino hinter der Küche. Wäre ja auch eigentlich nicht schlecht, oder? Was meint er? Wollen wir das mal machen? Ah, das wäre jetzt ein bisschen dumm hier. Das war jetzt so ein klein wenig doof. So. Geht das nicht? Geht das echt nicht? Ey. Macht keinen Stress hier. Warum geht denn das nicht? Ich will ein großes Bild. Also ein 2x2-Bild. Warum will ich hier keinen? Ach, genau. Ach. Das ging ja nicht. Stimmt ja. Ach. Komm schon. Du willst es doch auch. arg. Ach. Wie mache ich denn das jetzt? Moment Vielleicht mal so probieren Dass man dann von hinten das vielleicht Mal schauen Ich muss mal ausprobieren hier So Geht das Bild jetzt ab, wenn ich die weg mache? Na Kann man echt keine Geht das echt nicht mehr? Kann man kein Geheimgegeben mit Bildern machen? Das wäre echt schade Scheint nicht, naja Gut, dann Machen wir das wieder so wie am Anfang Und zwar Und zwar So und dann Hier so ein So ein Bild Ja, so geht das Ja, ist in Ordnung Geht man hier so durch Tralalala Und dann kommt man in sein Kino Ja gut Dann wollen wir hier schon mal so ein bisschen was ausheben Von der Form her, wie das Ganze wird, muss ich mir auch nochmal ein bisschen überlegen Eins Zwei 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 Das ist aber ziemlich Oh, ich feiere zu Geld hier Oh, Entschuldigung Entschuldigung Achtbreit, ja, müssen wir mal schauen, ob das überhaupt so klappt mit Achtbreit Ähm Jetzt muss ich hier ein bisschen ausprobieren Mache ich jetzt mal eine Fackel hin Da eine Fackel Weil ich mir das Feuer Zwar so ein bisschen überlegt habe, wie ich das mache Aber halt nicht vorgebaut habe Ähm Okay, machen wir doch anders Eins, zwei, drei Okay, hier kommen wir zum Beispiel schon mal gar nicht weiter Einer noch Ja man, gut Aber das ist jetzt hier ein bisschen doof, weil Hm Was ist denn das für eine Wand überhaupt? Ist das echt vom Lagerhaus? Hä, von was ist das eine Wand? Hä? Was ist denn hier hinter? Nix Also doch schon Aber hier können Ach ja, nein, dann passt das Prima Prima Eins, zwei, drei, vier So, dann habe ich mir das nämlich so gedacht Also hier kommt dann schwarze Wolle hin Dass man dann hier Sitz rein macht Hier drei rein und da drei rein Hier in der Mitte ist ein Gang Und das geht jetzt hier so ein bisschen runter So habe ich mir gedacht Gedacht Mach ich das dann Oder ich mache das anders Das ist ein Heimkino Das heißt man hat ein bisschen mehr Platz Das heißt wir machen das anders Hier ein Sitz, da ein Sitz Dazwischen Half Step So als Armlehne Da haben wir ein bisschen mehr Platz Oder so als Getränkehalter Oder so für Popcorn Dann machen wir hier noch einen Platz für die Beine Und dann Geht das Geht das hier weiter runter Warte mal Hier muss schon eine Treppe hin Hier auch Hier geht es dann runter Und dann sind Hier die nächsten Plätze Genau Okay So weit Also gut Hier wieder das gleiche dann Vorne vielleicht noch ein bisschen was mit roter Wolle Vielleicht ne Was vielleicht so ein bisschen angedeutet Vielleicht ein Vorhang sein könnte Aber alles schwarz Oh das wird ja ein schöner Raum So Warte mal Das gefällt mir nicht so Dann machen wir mal anders Ja genau Jetzt hier Das ist auch doof Also doch so Na gut Dann eben doch so Okay Eine Reihe machen wir noch Würde ich sagen Würde ich sagen Ja dann kommt Hier dann Hm Na gut okay Schauen wir mal wie das Ganze dann Vollendet aussieht Langsam wird es ziemlich hoch hier Wie lange nehme ich eigentlich schon wieder auf Okay Blopp 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 Und jetzt hier Hm ich glaube ich muss das doch anders machen ne Ansonsten kommt ja ins Kino so viel Licht rein von Ja dann